Nach 6,5 Stunden hat auch die zierliche Kinder-Logopädin Christine die Cover-Absitzung bei Nancy überstanden. Endlich kommt die Brille ab. Nach dem ganzen Tätowieren, nach der langen Zeit, haben wir es geschafft. Willst du es endlich sehen? Endlich, bitte. Nö. Jetzt doch. Nein. Nein, gut, ich erlöse dich. Ich nehme dir jetzt die Brille ab und jetzt darfst du es sehen. Hammer. Ist das geil. Total geil. Das Leiden hat sich gelohnt. Absolut geil. Geil. Absolut geil. Der Hals so krass. Echt krass. Noch vor 6,5 Stunden sah Christines Tattoo so aus. Davon ist nichts mehr zu sehen. Aus dem verkrüppelten Herz ist eine starke Frau mit Christines Gesichtszügen geworden. Eine Frau, die stolz in die Zukunft blickt. Alle Schmerzen sind jetzt vergessen. Ich bereue es absolut überhaupt nicht. Also es war schon teilweise schmerzhaft, dass ich gedacht habe, oh Gott, ist das Wald vorbei. Weil es war ja auch mein erstes großes Tattoo. Aber es hat sich absolut gelohnt. Das ist wie beim Kinderkriegen. Wenn es fertig ist, wenn es vorbei ist und du das Ergebnis siehst, ist der Schmerz vorbei. Das war's.